Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Bayern in München, wenn ich falsch aussprechen kann gerne euch Kommentare hieranschreiben oder ein extra Video machen, wie genau das ausspricht. Champions League 2022-2023 vor Runde 40 Spieltag, Fikardia Bielsen gegen Bayern in München, Ergebnis 2 zu 4. Stattelf, Fikiria Bielsen, Stark, Strang, Havel, Jota, Teni, Jamelika, Bushi, Klavier, Kopik, Fikiri, Rifa, Musura, Ketori, Bayern in München, Startelf, Ulrich, Marzirui, Baffert, Upamikano, Staniski, Chemisch, Korenska, Sané, Coman, Thomas Müller, Mané. Das war's von Fikiria Bielsen gegen Bayern in München, Uhrzeit 21.12 Uhr.